Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 60. Herzlich willkommen zu einer runden Summe mal wieder und ich hoffe, euch geht es wahnsinnig gut. Ich hoffe, ihr hattet jetzt eine wunderschöne Zeit, in der es doch eher sonnig war, in der es warm war. Wir hatten den trockensten Herbst seit langem. Es war wirklich, wirklich jeden Tag mindestens wunderschön. Also so wolkenlos sowieso und meistens auch richtig, richtig warm. Zumindest hier im Inntal war das der Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht war es im Allgäu oder in Südtirol oder in Osttirol oder in Ostösterreich oder keine Ahnung, in Sachsen, wo auch immer. Vielleicht etwas anders, aber gerade bei uns war es wirklich, wirklich warm. Die Schneelagen waren fast schon bedenklich wenig für diese Zeit und jetzt ist er wieder da, der Schnee. Jetzt kommt er wieder. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle gerade die Gelegenheit zu beginnen, wo vielleicht noch die meisten hier dran sind, auch dafür nutzen zu sagen, bitte, bitte seid jetzt gerade jetzt wirklich, wirklich vorsichtig, wenn ihr in den Bergen unterwegs seid. Wir haben jetzt eine sehr, sehr angespannte Lage, gar nicht so sehr, was jetzt große Lawinen oder winterliche Bedingungen betrifft, sondern vor allen Dingen eben diese typischen Frühjahrssymptome, die man in den Bergen eben kennt. Und in dem Fall ist es jetzt noch viel eher schärfer, die Situation. Wir haben nämlich teilweise ja noch die Altschneefelder. Klar, also wir hatten ja wirklich zwar eine lange, schöne Wetterperiode, aber natürlich liegt immer noch der Altschnee gerade in den Rinnen, aber auch teilweise in den Nordflanken und so weiter drinnen. Gerade in den höheren Bergen sowieso, da haben wir teilweise noch komplett weiße Berge. Also logisch. Und da muss man jetzt eben aufpassen, dass wenn jetzt hier der neue Schnee drauf liegt, dass man eben nicht das Gefühl hat, ja okay, wir können ja auf den Wegen gehen, denn es ist ja nur etwas Neuschnee, es ist ja nur ganz wenig. Nein, da liegt teilweise eben auch noch der hartgefrorene Altschnee drunter. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr, sehr stabile Altschneeschicht, die relativ kalt und durchgefroren ist. Die ist natürlich auch dementsprechend rutschig und dann kommt jetzt dieser nasse, warme, weiche Schnee drauf, der sich doch eher irgendwie, ja, der eigentlich nassschneeartig ist, zumindest wenn man in den unteren Lagen schaut. Und das ist definitiv gefährlich, gerade bei so Querungen in größeren Flanken etc. Da kann es halt dann schon mal dazu kommen, dass man ausrutscht und da ist die Gefahr, weit zu rutschen, definitiv groß. Also nehmt bitte, bitte Rücksicht darauf, dass es doch noch einige Alpine Gefahren jetzt im Frühjahr gibt und dass auch der abschmelzende Schnee jetzt, der neue Schnee, nicht bedeutet, dass es gar keinen Schnee mehr oben gibt, sondern dass doch immer noch ordentlich was liegt und das ist ja auch relativ üblich. Aber klar, solche neue Schneemassen, wie wir es jetzt in den letzten Tagen hatten, das ist dann doch eher ungewöhnlich. Aber deshalb an dieser Stelle auch der Hinweis und meine Bitte an euch, seid jedenfalls vorsichtig und vor allen Dingen seid gut ausgerüstet. Minimum Grödel sollten bei Wanderungen im Mittelgebirge noch dabei sein, auf jeden Fall. Ja, fallweise könnten sogar Steigeisen hilfreich sein. Gut, soviel zum Wetter. Ich hoffe, euch geht es gut. Wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet die Schönwetterperiode gut nutzen. Ich melde mich ja jetzt nach einer kleineren Pause wieder zurück und heute sprechen wir darüber, was die Kleineren eben so können und was die Kleineren eben in Zukunft so leisten werden, wenn wir über den Alpinismus sprechen. Die Kleineren, die sind ja eigentlich immer im Vorteil, denn sie sind so gut behütet. Die Eltern passen darauf auf, dass den kleinen Kindern nichts passiert, wenn man mit ihnen in den Bergen unterwegs ist. Viele, gerade im Alpenraum, nehmen ihre Kinder natürlich auch gerne in die Berge mit, denn es ist so ein erstes Heranführen an einen Sport, für den man sich selber interessiert, den man selber mit Leidenschaft genießt. Und gleichzeitig will man natürlich auch, dass das Kind vielleicht daran auch irgendwann mal einen Spaß hat oder daran teilnimmt. Das geht so weit, dass manche Leute ihre Neugeborenen mit zum Klettern nehmen oder mit in die Berge, in der Kraxe. Dann gibt es ja verschiedene Auswüchse, sage ich mal, wie weit da die Leute auch teilweise gehen. Es gibt auch sehr schnell sehr, sehr selbstständige Kinder. Also es gibt auch Kinder, die mit zwei, drei Jahren dann wirklich schon am Klettern sind und auch Wanderungen teilweise komplett selbst gehen. Das ist halt unterschiedlich, das kommt auch immer auf den Entwicklungsstand des Kindes an. Aber grundsätzlich ist es so, dass es einen Trend in den Alpen dafür gibt, dass man Kinder möglichst früh an die Berge heranbringen will. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man die Kinder schnell und früh in die Natur, ins Gebirge bringt, dass sie dann eher auch dabei bleiben oder ein gewisses Grundinteresse dafür haben. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass sich dieses Interesse auch irgendwann wieder zurückentwickelt, dass man irgendwann kein Interesse mehr daran hat. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte, dass es einfach Phasen gibt, in denen man sich für das Bergsteigen oder für die Berge einfach überhaupt nicht interessiert. Und das ist genauso legitim, wie wenn ein Kind im Prinzip das ganze Leben lang dabei ist. Nun möchte ich aber heute auch über diese neue Generation sprechen, die jetzt zwar heranwächst, aber die natürlich unter anderen Umständen heranwächst, als wir es getan haben, als es vielleicht auch die bergsteigerische Generation vor uns getan hat. Denn natürlich ist Bergsteigen etwas, wo in den letzten 20, 30, 40, ja meinetwegen auch 60 Jahren schon viel passiert ist. Viele neue Dinge sind erledigt worden, unter Anführungszeichen, sind erlebt worden. Und all das führt natürlich dazu, dass man immer weniger Abenteuer erleben kann, immer weniger neue Sachen erleben kann. Zumindest sagt das so der Volksmund. Auch Berühmtheiten wie Reinhold Messner, aber auch andere Bergsteiger, haben früher immer wieder gesagt, dass es die einzige oder die letzte Generation, dass zum Beispiel die Messner-Generation die letzte Generation war, die so wirklich die Berge erkunden konnte, neue Abenteuer entdecken konnte. Und alles, was danach passiert ist, waren meistens Wiederholungen, Varianten, Möglichkeiten, die Dinge etwas anders zu machen. Aber ganze Berge werden heute nur noch selten wirklich entdeckt. Der Irrglaube liegt darin begraben, dass auch diese Menschen schon Vorfahren hatten, die genau das Gleiche behauptet haben. Insofern sind die Leute, die behaupten, dass es die letzte Generation ist oder die einzige Generation, die nochmal neue Dinge erkunden kann, diese Generation liegt immer falsch mit dieser Aussage. Denn, ja, das wird jetzt schon seit sehr, sehr vielen Generationen behauptet und es wird auch regelmäßig widerlegt. Beispielsweise gibt es natürlich auch heute mit 20er, mit 30er, die neue Varianten auf Berge schaffen, die neue Formen des Alpinismus für sich entdecken. Gerade leben wir beispielsweise in einer Zeit, in der der Free-Solo-Alpinismus wieder einen sehr großen Aufwind genießt und dadurch natürlich auch wieder neue Projekte entstehen, auch wenn sie vielleicht auf alten Projekten basieren. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wie eindeutig kann man so etwas denn betiteln, ob etwas eine neue Variante ist oder eine komplett neue Entdeckung. Wenn man beispielsweise die Mamulata anschaut, da gibt es unzählige Wege rauf und der erste Mensch, der die Mamulata-Südwand durchstieg, hat natürlich nicht damit im Prinzip alle Möglichkeiten auf der Mamulata-Südwand damit unmöglich gemacht oder nicht mehr als erste Entdeckung möglich gemacht, sondern er hat eben nur einen kleinen Teil dieser gigantischen Wand im Prinzip damit abgedeckt. Und ja, dieses Abenteuer war dann nicht mehr als erster zu entdecken. Insofern ist das natürlich richtig, aber die Mamulata ist damit natürlich trotzdem immer noch geheimnisvoll und theoretisch könnte man auch bis heute noch sagen, dass die Mamulata im Prinzip geheimnisvoll ist, wenn man sich wieder in eine ganz, ganz neue Art und Weise des Bergsteigens hineinbegibt. Wenn man sich beispielsweise Hansjörg Auer anschaut, der die Mamulata-Südwand über die Route, der Weg durch den Fisch einfach free solo geklettert ist, dann muss man sich überlegen, ist das jetzt eine neue Entdeckung, eine neue Erkundung? Ich würde persönlich sagen, jein. Auf der einen Seite kennt man diesen Weg, auf der einen Seite ist es natürlich eine bekannte Route, die schon viele Leute gemacht haben. Auf der anderen Seite ist diese Form, diese Art, wie er das gemacht hat, wie er das umgesetzt hat, natürlich vollkommen neu gewesen, war erstmalig durch den Fisch jemand free solo geklettert. Und all das ist natürlich dann wieder eine neue Spielform, eine neue Methode, eine neue Möglichkeit, Alpinismus zu betreiben. Insofern, es ist nicht ganz neu erfrischend erkundet, aber jedenfalls eine komplett erste und einmalige Aktion, die hier gemacht wurde. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, zählen hier die erstbestiegenen Berge, wenn man darüber spricht, dass der Alpinismus im Prinzip alles erreicht hat, was er erreichen kann, oder entstehen die einmaligen oder erstmals entdeckten Möglichkeiten, auf einen Berg zu kommen? Da kann man darüber streiten und das ist definitiv eine eher fast schon philosophische Frage, als dass man da ein eindeutiges Ergebnis rausbekommen wird. Aber gerade das ist es, was auch der jungen Generation jedenfalls Hoffnung machen könnte und sollte, dass es natürlich immer noch Berge gibt, Wege gibt, Routen gibt, die unerschlossen sind, die bis heute nicht entdeckt wurden und damit Potenzial bieten, etwas Neues umzusetzen, was noch nie da gewesen ist. Natürlich ist es heute schwieriger als früher, das braucht man sich eigentlich gar nicht einreden, dass das System nicht so ist, aber im Prinzip ist es immer noch möglich. Man kann vor die eigene Haustür treten und wird Abenteuer finden, wenn man sie aktiv sucht. Und auch so etwas Ähnliches hat schon mal Reinhold Messner gesagt, man muss nicht unbedingt in den Himalaya, damit man wieder Abenteuer erleben kann, die interessantesten Abenteuer, die stecken immer noch irgendwo in den Alpen vergraben. Man muss sich nur eben auch wirklich die Mühe und die Zeit machen, sie zu suchen. Jetzt sind wir natürlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch ein wenig denkfaul geworden. Wir haben das Internet für uns entdeckt, wir haben Literatur für uns entdeckt. All das ist relativ einfach, weil wir sofort sehen, was möglich ist, was haben schon andere gemacht. Dem können wir sehr leicht folgen, sehr leicht nachlaufen und die Erfolgschancen sind bei gutem Wetter und entsprechenden Fähigkeiten natürlich auch extrem hoch. Schließlich sind diese Wege nicht mehr neu. Sie bergen kein neues Risiko, beziehungsweise das Risiko des Unbekannten ist natürlich nicht mehr gegeben, wenn wir uns auf Bücher in Literatur oder auf die Internetseiten von oder vielleicht heute sogar schon YouTube-Videos stützen. Das alles entwertet natürlich diese Leistungen nicht, wenn man etwas umsetzt. Auf keinen Fall. Es gibt ja wahnsinnig komplexe Dinge, die man in den Alpen umsetzen kann, die immer noch unfassbar großartig sind, auch wenn sie eben schon mal gemacht wurden. Generell muss man sagen, Erstbegehungen sind nicht das einzig valide im Alpinismus. Auch hier muss man der neuen Generation, den neuen Generationen, eigentlich auch gleich vorweg sagen, nur weil etwas wiederholt wird, wird es nicht dadurch entwertet, dass es keine Erstbegehung ist. Man kann auch durch Wiederholungen heute ganz, ganz großartige Dinge umsetzen. Es gibt die schwersten Routen, die bereits gemacht wurden, aber vielleicht nicht zu dieser Zeit, vielleicht nicht an diesem Tag und vielleicht nicht bei diesem Wetter beispielsweise. Alles ist in gewisser Weise auch immer zum Teil einmalig, denn wie weit ein Gletscher zum Tag X zurückgeschmolzen ist und so weiter. Das alles beeinflusst natürlich zumindest in den schwersten Touren der Alpen ganz, ganz stark die Bedingungen und dementsprechend sieht man jede Kulisse ein einziges Mal, denn zwei, drei oder 20 Jahre später schaut die Kulisse wahrscheinlich dann auch schon wieder ganz, ganz anders aus. Insofern, diese Einmaligkeit, die ist eigentlich fast immer gegeben, zumindest wenn man sich im komplexeren Bergsport bewegt. Die neue Generation lebt natürlich immer von den Errungenschaften der alten Generation, aber gleichzeitig weiß man heute auch, es geht noch viel, viel mehr. Wir sind ebenfalls die Nachfahren von Alpinisten, manche von uns sind die Nachfahren von Alpinisten, die interessante Dinge, vielleicht auch waghalsige Dinge umsetzen konnten, die vielleicht auch noch die Arroganz besaßen, zu sagen, nein, das wird nie jemand so in diesem Stil toppen können. Auch die Generation zwischen 1940 und 1970 ist dafür eben sehr, sehr anfällig, dass man sagt, hey, wir haben hier Dinge gemacht, ich muss da immer wieder ans Frankenjura denken, wo mir Leute oder wo Leute in ihren 50ern oder in ihrer Midlife-Crisis eben behaupten, sie sind halt in den 90ern und 80ern hier die Siemerrouten, die Überhängenden, alle Free Solo hochgeklettert. Das hat sowas Trauriges, weil es lebt alles irgendwie nur davon, dass man Leuten, die heute jünger sind, die nachwachsende Generation quasi immer erklärt, was man nicht alles früher geleistet hat und dass man gleichzeitig natürlich auch versucht, damit die Leistungen der Neukömmlinge irgendwie zu entwerten oder sie mehr oder weniger zu grounden im Prinzip. Also das alles ist fast schon traurig und ein bisschen schwach. Die aktuelle Generation der jüngeren Bergsteiger, die macht das Gott sei Dank nicht mehr so stark. Heute ist es doch mehr so, dass man, ja, ich würde mal sagen, einen realistischen Blick darauf hat, was noch alles möglich sein wird. Ich denke da beispielsweise an einen absoluten Spitzenkletterer namens Adam Ondra, ein tschechischer Kletterer, der aktuell, was den Felsbereich betrifft, jedenfalls die Weltspitze ist, zusammen mit Stefan Gesolfi. Aber generell lässt sich sagen, er sagt selbst von sich, 9c, der Schwierigkeitsgrad, den er erstmals klettern konnte, der ist nicht die Spitze. Es wird noch 10a geben, es wird noch 10b geben und er wird das alles wahrscheinlich nicht mehr klettern können. Aber die nachwachsenden Generationen, die jetzt gerade 12, 13 Jahre alt sind und jetzt schon ihre ersten 8a, 8b, 8b Plus Routen schaffen, die werden in der Lage sein, das irgendwann zu klettern. Das bedeutet, die junge Generation, die nachwachsende Generation, die ist hier auch schon deutlich realistischer und sagt, wir sind nicht ansatzweise die Spitze der bergsportlichen Evolution. Und ich finde das auch gut und richtig. Und ich finde, das sollten wir all unseren Nachfahren, all unseren Kindern auch immer mitgeben. Ihr könnt sehr, sehr viel im Bergsport erreichen, wenn es euch denn interessiert. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch mit einer gewissen Zwanglosigkeit an dieses Thema herangehen. Wenn wir Fanatiker sind, oder ich bin, ich gebe es gerne zu, ich bin ein Fanatiker, ich wäre in diesem Fall zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Vater. Und ich glaube, dass es da draußen viele Fanatiker gibt, die gerne ihrem Kind diesen Fanatismus auch irgendwo weitergeben wollen. Aber ich glaube, dass es so gar nicht funktionieren kann. Ich sehe immer wieder in den Bergen Kinder, die irgendwie so halbglücklich oder sehr unmotiviert unterwegs sind und irgendwie so von den Eltern nachgeschliffen werden. Und das sind meistens so Stadtfamilien, die dann Wochenende, am Wochenende quasi aufs Land rausfahren und das sozusagen immer als so einmalige Erholungsmöglichkeit sehen. Und das Kind hat aber eigentlich gar keine Lust drauf, denn es wird irgendwo auch aus diesem Stadtalltag rausgerissen. Und das ist natürlich schwierig. Und ich glaube, erzwingen kann man grundsätzlich gar nichts. Also die neue Generation, die wird immer davon leben, dass sie freiwillig kam und freiwillig auch wieder ging und vor allen Dingen nur dann kam, wenn es sich richtig angefühlt hat. Insofern sollte man sehr, sehr vorsichtig damit sein, einem Kind sozusagen seine eigene Leidenschaft umzuhängen und nahezubringen. Ich glaube, das funktioniert jedenfalls langfristig nicht, wenn ein Kind die Liebe oder die Emotionen zu den Bergen nicht findet oder nicht empfindet, dann wird es eben so sein und dann wird es da auch keine weitere Verbindung geben. Ich glaube, man kann nicht jedem Menschen den Bergsport umhängen. Ich habe das in den letzten Jahren öfters mal auch bei erwachsenen Leuten gesehen. Ich habe immer wieder probiert, Leute, die so ein, ja, die kein wirkliches Grundinteresse hatten, aber dem ganzen Gegenüber auch nicht abgeneigt waren, so ein bisschen den Bergsport zu vermitteln oder ihnen einfach mal so ein bisschen was zu zeigen, sie mitzunehmen in eine ganz, ganz neue und meiner Meinung nach großartige, aufregende Welt, aber so richtig sprang der Funke einfach nie über und da muss man das auch ehrlicherweise akzeptieren und sehen, hey, es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen und es ist die Mehrheit der Bevölkerung, die sich für diese kackgeologischen Formen, die in Wirklichkeit einfach nur dem Auto im Weg stehen, einfach nicht interessieren und die im Prinzip nur den Meerblick versperren. Das ist einfach alles nur nervig und lästig und ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, aber man muss das natürlich dann auch dementsprechend akzeptieren und genauso ist es dann eben auch bei den Kindern und der heranwachsenden Generationen, Alpinisten, die werden nicht immer dabei bleiben und die werden auch nicht immer einen Gefallen daran finden, aber ich glaube, diejenigen, die es tun, die sind jedenfalls in der Lage, im Bergsport noch Dinge zu erreichen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Ich denke da einfach daran, dass es wahrscheinlich in zehn Jahren jemanden geben wird, der, ja, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahre jünger ist als ich und dann die erste 10b geklettert ist, ich glaube, es wird da auch im alpinistischeren Bergsport, wenn man jetzt vom Sportklettern hinweg sieht, einfach mal noch ganz, ganz großartige Leistungen geben. Es sind noch sehr viele Dinge offen, es sind noch Berge in Asien unbestiegen, unzählige Berge in Asien unbestiegen, für die sich einfach keine Sau interessiert. Die Frage ist immer, woher kommt das Grundinteresse, diese Berge erst zu besteigen, woher kommt das Grundinteresse, vielleicht neue Routen zu erschließen, denn man muss eben auch dazu sagen, und das ist eben eine traurige Realität, der sich die neue Generationen Bergsteigern oder auch wir noch anpassen müssen. Viele Routen werden eben in 20 Jahren absolut unmöglich sein, sie werden gar nicht mehr existieren, viele Eisrinnen werden nicht mehr möglich sein, viele Nordwände werden nicht mehr möglich sein. Es sind heute schon sehr, sehr viel weniger Routen überhaupt noch gefahrlos machbar oder halbwegs gefahrlos machbar, als es vor 20 Jahren der Fall war. Und das sind, ja, das sind Realitäten, mit denen man sich abfinden muss. Und es wird in 20 Jahren wahrscheinlich immer noch Nordwandkletterer geben, aber ich befürchte, sie werden sich einem massiv höheren Risiko aussetzen müssen, sie werden massiv weniger werden, weil sie eben auch abschätzen müssen, will ich dieses Risiko eingehen, vom Stein erschlagen zu werden oder von immer weiter oder immer fortschreitender, abbrechenden Serrax getroffen zu werden. Das alles sind Fragen, wo man sagen muss, vor 20 Jahren war das keine große Grundsatzdebatte, heute gibt es schon viele Leute, die mit Bauchschmerzen in eine Nordwand einsteigen und in 20 Jahren wird es wahrscheinlich nicht nur bei Bauchschmerzen bleiben. Insofern, ja, der Alpinismus wird sich sicher auch in den nächsten 20 Jahren verändern, das haben wir auch schon diverse Male besprochen, wie sich die Jungen, die Kinder dann darauf einstellen. Ich persönlich bin gespannt. Ich überlege mir sehr gerne, wie ich eigentlich in 40 Jahren dann mal mit, weiß ich nicht, so 20-Jährigen oder 30-Jährigen sprechen werde, die im Alpinismus sehr aktiv sind und sehr erfolgreich sind. Ich überlege mir dann immer, was in 30 Jahren denn dann so passiert oder was in 30 Jahren denn noch so große Projekte sind, über die man noch philosophieren kann, über die man noch nachdenken kann. Ich würde mir irgendwann wünschen, so ein Alpinisten-Opa zu werden, der sich mit Leuten, die so viel besser sind, als ich es dann bin und darüber unterhält, was eigentlich noch so auf der Welt die großen Probleme sind, die noch fehlen. Es gibt heute noch so einige Routen, die schwierig sind. Daula Giri, es gibt noch Projekte, die offen sind, teilweise noch aus den 60er Jahren, die nie gelöst wurden. Es gibt noch am Gashabrum diverse Probleme, die nicht gelöst sind. Das sind alles Routen, die so unfassbar, unfassbar weit weg von dem sind, was ich mir als Menschen möglich vorstellen kann, dass ich gespannt bin, ob wir in 30 Jahren einfach darüber reden, wie das war, als das vor 10 Jahren, also dann in sozusagen in 20 Jahren von jetzt aus betrachtet, einfach gemacht wurde. Ich bin fast schon irgendwie neugierig, mich würde es ein bisschen interessieren, was in 30 Jahren denn dann alles so schon erledigt wurde. Ich hoffe, ich werde dann immer noch mit der gleichen Leidenschaft da auch dahinterstehen, das zu verfolgen. Ich bin mir relativ sicher, dass das so sein wird. Gerade da muss ich auch wieder sagen, wir Menschen verändern unsere Prioritäten irgendwann. Irgendwann fangen wir an, darüber nachzudenken, ob das Bergsteigen, gerade im Risikosportbereich, eigentlich wirklich das Wahre ist, ob das sinnvoll ist, das so weiterzuführen. Zu meinem heutigen Stand kann ich sagen, ja, denn es ist das, was es auch so spannend macht, was es auch so prickelnd macht. Ich glaube, davon lehnt generell der gesamte Alpinismus, dass es sehr viele junge Leute gibt, die eben auch mit dem, mit diesem sportlichen Aspekt und gleichzeitig aber auch mit diesem Risikoaspekt jetzt Kombinationen finden, die vielleicht vor 50 Jahren noch absolut unmöglich waren. Man muss sich überlegen, wir leben ja in einer, auf einer, auf der einen Seite, natürlich in der Blütezeit des Alpinismus. Man muss sich überlegen, wir haben heute unfassbar gute Ausrüstung, wir haben Kletterschuhe, die wirklich, wirklich präzise, auch auf kleinsten und feinsten Strukturen halten können oder Haftung finden. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, Routen abzusichern und wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch heute wieder von einem Berg runter zu kommen. Also vor 50 Jahren ist keiner mit dem Gleitschirm vom Berg geflogen, beispielsweise. All diese Kombinationen, gepaart auch mit dem sportlichen Aspekt, der vor 50 Jahren ja vollkommen irrelevant war, der höchstens nur dafür genutzt wurde, um für Himalaya-Projekte zu trainieren. All das macht natürlich etwas aus, natürlich ist noch zu sehen, inwiefern können diese Aspekte denn wirklich miteinander oder diese Komponenten miteinander kombiniert werden, mein Gott, kombiniert werden, das ist natürlich eine große Frage, das ist ein großes Fragezeichen. Ich glaube aber, dass da sehr viel Potenzial dahinter steckt. Wir haben die Sportlichkeit der heutigen Generation, wir haben die gute Ausrüstung der Moderne und wir haben gleichzeitig auch noch einige Alpinisten, die bereit sind, großes Risiko einzugehen, um neue Projekte umzusetzen und ich glaube, diese drei Faktoren gepaart, ich glaube, da lässt sich noch sehr, sehr viel machen bei uns auf unserem wunderschönen Planeten. Insofern, wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft denn so bringt. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, naja, wir, also die Leute, die heute nicht mehr zu den absoluten, ich sage jetzt mal, Kandidaten für alpinistische Spitzenleistungen zählen, ich glaube, wir sind immer noch sehr, sehr gut dabei, wir sind immer noch definitiv in der Lage, gerade was den, das Höhenbergsteigen betrifft, gerade was das Himalaya-Bergsteigen betrifft, noch immer sind wir gute Kandidaten, auch wenn wir nicht mehr zehn Jahre alt sind und damit nicht mehr das komplette Alpinistenleben vor uns haben, wir sind immer noch gute Kandidaten dafür, coole, neue Dinge umzusetzen und zu entdecken. Warum ich das gerade denke oder mir oder sage, ist vor allen Dingen, weil ich gerade auch den Thomas Huber im Kopf habe, beziehungsweise auch den Alexander Huber selbstverständlich, von den Huber-Brüdern aus Berchtesgaden, die sind mittlerweile definitiv schon die Dinosaurier des Alpinismus, zumindest bei den aktiven Alpinisten und die setzen immer noch wahnsinnig spannende Projekte um, Alexander Huber mehr beim Klettern, Thomas Huber mehr im Hochgebirge oder beim Höhenbergsteigen eben und da werden immer noch Dinge umgesetzt, die bahnbrechend sind, beziehungsweise die, wenn man sie in alpinistische Maßstäbe setzt, definitiv spannend sind. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Alpinismus und Bergsport lebt immer auch von einer gewissen Finanzierung, von einem gewissen Allgemeininteresse und von einem gewissen Firmeninteresse und ich glaube, da wurden wir natürlich in den 90er, Nuller und Zehnerjahren doch sehr, sehr stark verwöhnt, denn da wurden immer wieder neue Sachen umgesetzt, da wurden, da gab es neue Erstbesteigungen von 8000ern, Erstbesteigungen von 8000ern ohne Sauerstoff, Erstbesteigungen von extrem schweren Bergen in Patagonien und so weiter und so fort, also da waren wir natürlich extrem, extrem verwöhnt und dementsprechend schwindet dann natürlich auch das Interesse an der zweiten Geige und damit meine ich natürlich nicht die Alpinisten als zweite Geige, sondern die Berge, quasi die Berge, die hinter dem Everest und hinter dem Lhotse stehen, die Berge, die hinter dem Cerro Torre stehen, all das wäre ja immer noch sehr, sehr spannend, spektakulär, da kann man immer noch sehr viel coole Sachen umsetzen und alpinistisch unfassbar interessante Projekte verwirklichen, das allgemeine Interesse ist aber geringer geworden, dadurch schwindet natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es eine gewisse Finanzierung für solche Projekte gibt, was unfassbar schade ist. Deshalb appelliere ich da auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, interessiert euch durchaus auch für die zweite Geige, interessiert euch durchaus auch für die zweite Reihe der Berge und schaut, was da passiert, was da von Alpinisten heute umgesetzt wird. Es muss nicht immer alles bei den 8000ern passieren und es muss nicht immer alles bei den Seven Summits passieren, die Dinge, die auf unbekannteren Bergen passieren, sind immer noch sehr, sehr interessant. Auch auf einem Mount Robson können unfassbar großartige Dinge umgesetzt werden, genauso wie in Europa auf einem Mont Blanc und genauso wie in Asien auf der Amada Blam beispielsweise. All das lädt natürlich dazu ein, dass man sich wieder mehr mit dem beschäftigt, was so im Tagesgeschehen passiert im Alpinismus, was so auf den einzelnen Bergen passiert und ich lade generell dazu ein, das viel mehr zu verfolgen, denn dann kriegt man wieder so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie viel Aktivität, wie viel Leben eigentlich im Alpinismus immer noch steckt, gerade auch bei Leuten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, bei einfach vollkommen unbekannten Grüppchen, die sich so gefunden haben über die Jahre und dann einfach coole Sachen miteinander umgesetzt haben. Ich glaube, auch hier steckt vielleicht ein ganz, ganz neues Potenzial für unsere Generation, aber vor allen Dingen für die nachfolgenden Generationen des Alpinismus, dass man wieder mehr in Gruppen arbeitet. Wir stecken gerade in der Zeit des Free-Solo-Kletterns, auch die 70er und 60er Jahre übrigens waren die Zeiten des Free-Solo-Kletterns. Man darf das nicht vergessen, die Messner-Brüder beziehungsweise Reinhold Messner, Peter Habeler und so weiter, auch Hans Kammerlander, die haben viele Projekte Solo, Free-Solo umgesetzt. Oftmals, weil die technischen Gegebenheiten es gar nicht anders zugelassen haben oder weil es irrelevant gewesen wäre, ob man da jetzt einen Hanfstrick mitnimmt oder nicht. Diese Zeit, die wurde dann gebrochen vom Expeditionsstil, weil sehr viel ein sehr großer Fokus, ein großer Schwerpunkt auf das Himalaya-Bergsteigen gelegt wurde und dann kam, so wie es heute ist, eben auch wieder das Solo-Klettern, das Solo-Bergsteigen durch. Ich glaube, vielleicht sollte man sich auch wieder mehr auf seinen Gruppencharakter konzentrieren, dass man wieder gemeinsam Dinge umsetzt, dass man wieder gemeinsam Dinge plant, denn wir leben in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinanderdriftet. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man den Nachbarn nicht mehr so wirklich kennt und ich glaube, das war früher anders und das war früher vielleicht auch irgendwo besser oder einfacher, als man den Nachbarn noch gekannt hat beziehungsweise vielleicht ist es auch einfacher, wenn man gemeinsam eben in die Berge geht und gemeinsam neue Ideen entwickelt, denn der große Vorteil dabei, wenn man gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam sich Projekte überlegt, dass viele neue Perspektiven vereint werden und kombiniert werden können und dann eben Projekte und Ideen entstehen, gerade wie man das manchmal auch bei diesen Filmfestivals der EOFT oder auch Mountains on Stage sehen kann, dass spannende Projekte von unbekannten Leuten einfach umgesetzt werden und sich da Grüppchen finden und bilden, vielleicht auch aus einem Freundeskreis heraus, die dann nach Pakistan ziehen und neue Treadrouten beispielsweise erklettern. All das ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig großartig, dass das so passiert und ich glaube, dass das in Wirklichkeit die Zukunft des Alpinismus ist, dass man wieder gemeinsam loszieht, nicht in großen Expeditionen, nicht militärisch angelegt, sondern vor allen Dingen in so freundschaftlicheren Gruppen, die aber trotzdem einen gewissen Anspruch an Leistung haben beziehungsweise an Professionalität im Alpinismus und gleichzeitig aber eben mit der modernen Ausrüstung unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass sich alles nur durch das Weglassen eines Partners, so wie es heute eben ist, verschärfen lässt oder interessanter machen lässt. Ich glaube, es braucht nicht unbedingt Free Solo als Film, um interessant zu sein. Das kann durchaus auch mit 10 Mann passieren und es würde immer noch ein sehr interessanter Film sein. Man muss es einfach nur richtig inszenieren. Man muss vor allen Dingen einfach sich die richtigen Projekte finden. In diesem Sinne, was haltet ihr von dem Thema und vor allen Dingen, was glaubt ihr eigentlich, was die nächste Generation so noch für coole Projekte für uns knacken wird? Das würde mich tatsächlich wahnsinnig interessieren, was ihr da so auf dem Schirm habt, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe vielleicht. In diesem Sinne, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare oder per Mail an kontakt bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg Heil.